Hi und Willkommen. Mein Name ist Daniel P. Und mein Name ist Metal Mario Master. Und wir begrüßen euch zurück bei Yoshi's Volley World. Yeah! Wir sind vor dem letzten Level. Vor dem letzten Level. Das wird auch der letzte Part sein. Ja, weil sonst haben wir alles. Wir haben alle Gegner gesammelt. Das haben wir gerade off-screen noch eben getan. Genau. Im letzten Part haben wir ja den Boss-Pavillon gemacht, wo uns drei wunderbare Yoshi's wiedergekommen sind. Bronze, Silber, Gold Yoshi. Geil, was? Ja. Einer fehlt noch. Ein einziger. Das war in die Salade. Ja, in diesem Level soll es losgehen. Das letzte Level. Wundersam, wundervolle Wollwelt. Oh, das war alles Kriegen. Ja. Wir haben genug Dinge also. Ja. Ich nehme unseren Magneten. Dann mal los. Auf ins letzte Level. Wird schon nicht so schwer sein. Ne. Ich meine, mich erinnern zu können, dass das Level relativ lang ist. Ich glaube sogar das längste Level überhaupt. Ohne Checkpoints. Ich weiß nicht, ob es Checkpoints gibt oder nicht. Ich weiß nicht, ob es Checkpoints gibt. Ja. 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 Genau. Das wäre glaube ich sowieso besser als Töten. Danke. Du hast mich geworfen und getötet. Nein, das wollte ich nicht. Ja. 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 Ich habe gesagt, früher wird nicht mehr Fall sein. Ich glaube auch nicht. Aber wir geben trotzdem unser Bestes. Ich habe die erste Blume. Na das ist gut. Ich habe keine Wolle. Du hast mich. und ich habe dich warum nicht gehen wir weiter das wäre übrigens immer noch irgendwie so weit nicht sehen die auch so ein paar ja alle hier sein wenn wir dann jetzt nicht wirklich alle wieder haben dann können wir auch nichts mehr zu tun das ist der witz dabei ich glaube dass der witz bei diesen speziale denn es gibt hier keine checkpoints wie der sperrgeiter gerade ohne gefallen ist es hat mir gefallen gut gemacht das wäre der da ist nichts mehr und bei wenig wir fliegen einfach weiter wir schwimmen anfang das war nicht schwer war es lang ich habe gesagt dass es lange ist nein ich habe keine wollen wir haben beide keine herzen das ist irgendwie ich glaube schlimmer weil er war ein herz was sie gesehen wie die pfanzige freundlich die habe ich schon überlebt im letzten moment werde ich noch dass wir sie sehen unsere statistik aus drei blumen drei wolle immer platin joshi wahrscheinlich kann sagen kann sogar sein es würde passen ja ich überrasse dir die herzen danke ich sollte mir so lange angehen gott da sind sie wo sind sie morgen wir einige von ihnen erledigen wer sich so eine gerade so noch ja klar der schön wie kam ich was du in hier dann werden die erledigt er muss hier für uns die blöcke frei machen er muss für uns die blöcke frei machen damit der hund vorbeikommt weiter Nein! Warum war die Kamera denn auf dich? Komm hier runter! Nein! Nein! Warum? Oh nee, ne? Nö, jetzt müssen wir von vorne anfangen. Na, das hat doch uns Spaß gemacht. Das war ganz schön anstrengend bis dahin. Und ich glaube, das Level ist noch nicht mal schwer. Ja, es ist nur wahnsinnig lang. Ja, sowieso nicht mal 20 Herzen oder so. Wir müssen den Park mit irgendwas noch füllen, also. Ja. Aber ich möchte so langsam mal fertig werden mit dem Spiel. Oh mein Gott! Wie hab ich das überlebt? Das war die blöde. Da. Weg, 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 raus, raus, raus. Jetzt hören wir auch schon, wie die Raum... Wie die Raum ist, Raum ist nie für immer langer werden. Ja. Ja. Auf. Ich glaube, es gibt hier keinen Checkpoint. Weil ich denke, wir können das locker. Oder stimmt. Ich will nicht. Ich will nicht, würde ich noch qualvoll erledigen. Nein! Ich bin nicht gestorben irgendwie. Nein! Verdammt verdrück! Mann! Mann! Ich noch mal weg! Ja! Nee! Ja. Mh... Ja. Ja... Ja. aussagen wenn wir dann noch nicht alle haben ich sehe es kommt wieder ich hab's noch nicht gerettet um ja ich würde lieber auf dem fluss bleiben das ist sicher auch für dich oh ja da, machst du bitte mal kaputt? schnell auf okay nächste nächste ex 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 ja nehmen sie geschluckt die hp walter bis zum ende Mein Gott, was ist mit der Musikmusten? Da wieder. Au! Nein, nein, nein! 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 Aus, 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 aus! Aus, 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 aus! Haus! Oh, er hat immer noch verlegt. Ja, weiter vorne. Was? Wir sind beide auf dem Positionieren, bevor wir losgehen haben. Ja. Ich muss ihn auch schon dazu bewegen, weiter zu laufen. So. Der ist auch nicht fixiert. Warum? Das weiß ich doch nicht. Dann kommen wir lang, Mann. Komm, so viel was passiert. Ich möchte schlucken. Ja, der muss in Sicherheit bleiben. Ja, genau deswegen. So. Ach! Wie war das nicht? Ich habe mich 20er zu lassen. Mal stecken. Nimm einfach an, dass wir nach diesem Pakt alle haben. Ja. Wow. Oh, oh. 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 verlaubert ein gesammelt ja wir haben die letzte münze aber nein aber wir haben es geschafft dann sollen wir durchgehen war auf ihn durchreiten aber okay dann nämlich noch zwei blumen bekommen das heißt wir bekommen sogar noch ein letztes bonus spiel und er kann einfach mal annehmen dass wir alle herzen und auch haben wir haben wir leider nicht wir haben alle herzen lüge nicht 14 und 15 ergibt eindeutig 20 na klar natürlich 20 das hat alles ein kleiner bonus spiel noch ich habe gewonnen ja ich habe das entscheidende bonus spiel gewonnen dann würde ich mal sagen haben wir setzen unseren letzten joshima zusammen ja latino wir haben 1100 stempel auf näher gefunden dafür bekommen wir neue stempel jetzt erstmal posten platin joshi wurde wieder zusammen gehäkelt alles noch nicht gern wir müssen doch noch mal reingeben die herzen holen wie viele minuten haben wir haben 17 da kommen dann machen wir es noch nehmen nur einmal wasser melonen zum abwinken und dann uns das schon und versteckt auch wir brauchen wir nicht wie wäre es wenn du hitze kann der nix anhaben nimmst ging eigentlich nach einem plan ja da kannst du uns da nämlich durchlosen wundervolle weil sie ist das level ist nicht wirklich schwierig da haben wir jetzt trotzdem 20 herzen wir brauchen wir nicht genügend 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 möglichkeiten betroffen zu werden wir sagen einfach nichts naja habe ich auch genommen was ja mal so übernommen was ja mal so überpower sind dann sind wir schon im zweiten bereich ja kann ich einfach durch trinken alles gleich ein wunderbärchen das ist ja und da geht es tausendmal einfacher ja, weil wir keinen Druck mehr haben, weil wir es nur auf die Herzen sammeln mussten da sind wir neben uns ja, oh mein Lieberkopf, da war es da und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir mit der Wassermelore können wir uns auch ganz gut gegen den Fisch verteidigen ja da ist er auch schon schnell ist aber die Herzen oi 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 warte mal, ich muss mal irgendwas gucken du hast 19 Herzen, ich hab zwar nicht ab 16 wir kommen auf jeden Fall noch eine Neugierigkeit äh, 25 Jahre zu kommen und zwar vom Ball ist auch dabei geh weg hast du gesehen wenn er kommt gut wenn es nur ein Herz rein sammeln ja du hast dann klappen ja hier habe ich das überlebt wenn ich dann da oi oi das ist mir eins übrig ja genau das kommt ja noch ein bereich werden wir ja nicht getroffen ich verstehe ja ich bin voll hier sind die herzen und dann schluckt mich wir können jetzt nichts an haben sie noch gar nicht einfach durch voll ich bin voll also gar nicht so hoch juhu wie fühlt sich das an ja wir können ja es ist so schön ist nicht schön guter abschluss ich finde das ist wirklich ein guter abschluss für dieses gnadenhahnlose wunderschöne let's play projekt das ist nicht auf reite mich zum ziel also jetzt nicht von dem treffen und auch zum ziel ja leute im letzten moment hast du uns enttäuscht ja schämlich und ja jetzt kommen wir zum finalen bonus spiel danach können wir den part beenden und damit auch das display abschließen wir haben beide 20 herzen und wir haben alles 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 wir können mal kurz ins museum pavio mein kobe da auch alles haben aber erstmal spiel wieso mit ihren also ich finde das stimmt welchen wenn er jetzt steht alle stecken alle kann stecker sind gerade sei jetzt steht das ist nicht aber wir haben es geschafft juhu wir haben jetzt bekommen aber egal kommen wir gehen mal ins museum pavillon rein mal gucken ob wir alles haben aber ich habe jetzt auch alle musik nein nein es fehlt eine wie oder sowohl mit 1 2 3 4 5 6 7 8 das war immer noch nicht reingegangen glaube ich nicht die pavillon in irgendein pavillon so man nicht reingegangen glaube ich glaube am der musik ja die musik die musik für mich mit den cookies okay ja jetzt heißt drauf interessant erzähl mir mehr nie nie ich glaube wir haben wir für diese konversation niemals weiter ja das macht alles alles ja genau wir können noch einen titelbildschirm gucken und da irgendwie angezeigt wird vielleicht ja genau 250 prozent ja ja haha geil geil wir haben alles sehr schön genau wir haben es zu 100 prozent abgeschlossen das ist jetzt das zweite mal dass mir das passiert ist ja das schön ja ich würde mal sagen wir stellen uns jetzt mal eben auf und verabschieden uns von diesem projekt ja am besten hierhin ja ich bin forst joshi und ich bin tanjoshi und wir sind eigentlich dann ihre lp und metal mario master ja und wir bedanken uns das zuschauen bei diesen wunderbaren projekten projekten 66 joshis 275 blumen 1100 stempel münzen und 22.970 am ende geil geile sache ich hoffe ihr hattet ihr sehr viel spaß beim projekt hatten wir nämlich auch ja hast nur irgendwelche abschließenden worte zu diesem spiel wie wir sind dieses spiel einstufen wobei das kann auch von 1 bis 10 wobei 10 das beste ist und ich gebe es eine putze ich von 10 ok dann sind wir jetzt raus wir sagen tschüss bis zum nächsten mal ja bei 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 und ja wo 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 Bis zum nächsten Mal.